Ja, ja, gescheiter, wir müssen die Auftrag wieder annehmen erst mal. Warte mal, kurz nachverwechseln, sonst bin ich zu langsam mitzulaufen. Denn, kann ich jetzt wieder die Kichererbse nehmen. So, äh, tut 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 tut. Ist die so schwer die Kichererbse, ja? Weiß ich nicht, ja, also irgendwie, wenn ich die angewicht hab, dann läuft sie richtig langsam. Auch wenn ich Rennen mache, weißt du. Äh, reden wir mal, annehmen, ja. Hey, dein dämlicher Kammerjäger-Kumpel ist da, Brick! So, wir können schon verteilen kommen, oder? Okay, Slab, eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten! Nimm Roccos Flaggen! Äh, hier schon mal aufmachen. So, für Munition gleich. Ja. Äh, bin wieder falsch gelaufen, oder? Ja. 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 Boah. Ach, hä, hä? Ja, doch hier hoch, ne? Irgendwo. Perfekt, glaub ich. Ne, da nicht. Ne, wir müssen hier hoch, ne? Wo müssen wir hoch? Na, da oben, oder nicht? Ne, das war doch, war doch, wie so eine kleine Brücke. Ne. Ne. Wir suchen wir das Ding. Halleluja, du. Ja, gut. Äh, 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 äh. Ne, hier? Ne, sind vorbeigelaufen. Hier müssen wir lang. Ach Gott, ich bin falsch gelaufen. Ah, ja, ja, ja. Hier ist die Brücke, ne? Ach, ne, erstmal müssen wir wieder aufbauen. Ach, ja, stimmt ja. Du musst ja erst die Dinge aufbauen. Ach, ja, ich dachte, geht gleich wieder los. Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Starte sie mit Flaggen aus, damit meine Slides wissen, wo sie hin sollen. Also hier sind auch irgendwo die Kästen, die er dann zerstörten jetzt im Schloss weiß. Ja, ja. So, äh, so. Da unten. Ja. Einmal, zweimal. Du kannst ja schon mal hochgehen zum Geschütz. Ja, ja, man muss ja schon mal wissen jetzt, wo das Geschütz ist. Dreimal. Ach, hier ist die Brücke, hier müssen wir rüber. Genau, hier war das mit dem Geschütz. Ah. Ja, ja, da unten. Jetzt kommen wir das aber näher. So, du laufst hoch schon mal? Ich komme gleich nach. Ich lauf schon mal hoch. So. Jetzt geh auf zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Zum fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Jawohl. Da kommen Sie, Slab. Halt die Bots von der Frachtkiste fern. Jawohl. Jawohl. Wie geht auch schon? Ja, wie geht auch schon? Oh, Jarlens! Ah, gut. Müssen wir aufpassen, wenn der da hinten ist, Freunde. Da musst du gleich raus aus der Kante. Pass dir den nicht weg, schieß voll. Ja, ich geh mal runter. Warte mal. Ich bin doch wieder so langsam weg. Ich geh schon mal hoch, über der Brücke rüber, ne? Weil ich glaub, er spawnt gleich hier oben. Echt, sonst muss ich runter kurz. Ja, dann komm hoch zur Brücke. Jo. Warte, da lässt du mal an, Leute. Ich will gleich hier oben spawern, genau. Oh. Oh. Ja, krass, geh mir nicht so laufen. So, jetzt muss ich um mein Leben kämpfen. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ich geh mal runter. Also, hier. Echt, der hat mir auf der Wecke. Nicht schier. Ja, mach mal, mach mal. ... eine wieder an, wieder an, wieder an. Komm, 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 komm. Hm, tot. Von wegen banal, du. Gut. Aber geschafft. Haben wir es Kraft? Jo. Gut. Von wegen banal. Ja, ist doch banal, haben doch hingekriegt. Ja. Banal. So, was ist das hier? Ah, zu verkaufen, gut. Wenn du Leben brauchst, da ist was hier. Liegt überall hier was rum. Ja, ja, ich seh, ich seh. So, Iridium liegt hier auch immer her, gut. Ja, meine Kichererbse, die ist richtig gut, die Maschinengewehr. Die Kichererbse. Nachteil nur, ne, dass du so langsam ist beim Laufen. Ah. So, mal gucken, was wir uns haben. Um die andere Lenz. Was wir unbedingt haben wollten. So. Aber erstmal kommt die Umdition. Man weiß ja nicht, was kommt. So weit haben uns die Dinger hier nach hinten abgedrängt, du. Sagenhaft. Naja, aber auch nur, weil sie hinten gespawnt sind, ne. Ah. Dann musstest du ja nach hinten laufen. Ah. Ja. Sonst, wenn er vorne geblieben wäre, dann wären die anderen drei, die hier oben waren. Die hätten uns dann... Nein. Ja. Jetzt mal gucken, was hier. Gespawnt ist. Viel Iridium. Na klar. Belohnung kastiert. Ja. Ja. So. Das war's. Ich dachte, wir kriegen noch ein paar Waffen oder so. Ja, bei ein paar nahen Dingen. Na ja. Hätte ja gut sein können, ne. Ja. Gut. Hier ist nichts weiter. Außer ein paar kleine Dinge. Mal gucken. Und diesmal war ein Unterschied. Ich hab länger oben bleiben können. Ich hab da oben geschossen, wie. Diesmal hast du länger ausgehalten. Ja, 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 ja. So. Da unten ist noch was. Also. Ja. Ja. Ich mach hier noch ein paar Kisten auf. Paar C's mit Geld. Äh. So. Munition. Alles Geld wieder. Geld. Ach, da unten. Ganz unten, ne. Ja, ja. Geld. Ja. Bestimmt noch paar Waffen zum einsammeln, zum Verkaufen. Nee, da hab ich nix gesehen. Nee, aber Iridium liegt hier noch rum. Da ist ja vorbei gelaufen. Iridium ist da, ja. Zack. So. Nö, hier Waffen liegt tatsächlich gar nicht großartig. Nö. 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 Ja, okay. Ich denke, wo uns, äh, wohin jetzt? Warte mal kurz. Äh, Blue, Schweiß und... Ach, da ist ja wieder die andere Quest, ne? Das ist die Hauptquest, Wille. Die Hauptquest. Mal gucken. Können... Tö, tö, tö. Noch nicht entdeckt. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt die Hauptquest dann weiter anschließen, wenn wir da frei sind. Ja, aber dann lass uns einfach nach Sanctuary reisen, wegen, äh, Leermachen. Ja. Was können wir machen? Warte, sind wir ja hier mit durch. Ja. Was ist denn hier noch? Ach Gott. Aha, wo ist unsere Station? Wo ist unsere Station? Wo ist unsere Station? Äh, hier durch. Mal da Raute folgen, ne? Ach, Raute hin, Raute. Ja. Ach, hier ist der Ausgang? Äh, woh, 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 ho... OK. Dö, 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 dö. Du, du, da war doch gar nicht so schwör. Ne, das nicht, die zwar haben wir gestern bloß bisschen dämig angestellt. Die habe ich gestern zweimal zur Zeit oder dreimal zur Zeit aus dem Sessler heraus katapultiert. Ja gut, ich meine, wenn man erstmal so die Mechanik raushalt, dann geht das dann. Und mit dem Ding konntest du ja ununterbrochen drauf bleiben. Du hast ja gar noch lauten gebraucht, gar nix. Hab ich ja gesehen. Brauchte kaum Fiesse von da oben. Ja. So, ich mach erstmal kurz Rucksack-Check. Da kann man alles verkaufen. Welches Level haben wir eigentlich? 28, okay, kann man alles verkaufen. So, Robi, salut. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wenn man das kommt, ne, ne. Alles, ich. Äh, weg. Das Getreide kann alles weg, oder man gehe immer schnell zum Ende. Weil, das mach ich gleich. Ja, ich markier es mir erstmal. So So Enden wir mal So Gut 20 Ja, 6 von 27 Stück. Oh Gott, passt. 35.000 habe ich jetzt. Gut. Was bietet ihr jetzt hier an was Neues? Klassenmod für den Commander. Zwei Stück sogar. Reduktion der Abklingzeit. Vom Action-Skill. Aha. Okay. Ach, da hat der nicht so Schilde. Genau. Du bist doch Organspender. Na, mal gucken, was der da unten hat. Bin bei mir, schien man da oben, habe ich verkauft. Voll Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Okay, hier haben wir alles gekauft, alles voll. Viel Glück. Viel Glück. Ja. Und dann wollten wir, genau, die Hauptmission mal wieder machen. Oioioi. Wo sehe ich mein Iridium? Ach hier, 27 habe ich, okay. Oh, da könnte man vielleicht mal gucken, ob man wieder was erweitern kann. Mal gucken, wo ist das hier? Teil der Iridium-Händler? Teil der Iridium-Händler? Teil der Iridium-Händler? Nee, hier nicht. Anbau. Anbau. So, das ist doch der Z. Sind wir auch wieder falsch, ne? Na ja, gut. Ach hier? Ich schau mal kurz bei dem Iridium-Händler nach. Ob ich da was auf? Ja, 50 habe ich nicht so. Äh, Granaten wär nicht schlecht, ne? Ja, ich war jetzt auch mal mit Granaten. Bissl was zu machen... Oder Maschinenpistole. Oder Sturmgewehr. Nochmal Sturmgewehr. Da 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 da. So, nochmal erhöht. Um 140. Für 50? Ne, so viel habe ich ja gar nicht. Handgranaten. Ja, okay. Oder Maschinengewehr, ne? Nochmal um 180. Ich mach mal einen Granaten, so... ansonsten... das hat schon 12, ok... Oh, ich... oh, das ist die... 12, gott... Ah, das ist die... Scrappy! Scrappy! Ich glaub, die werden auch mal gleichzeitig mit aufgefüllt, ne? Wenn man erweitert, hat man dann gleich... jo! Jaja, die werden gleich mit aufgefüllt... Also, muss ich noch aufhören... Hier war nix... hier war auch nix... Ach doch, ein Tock kann... ich kann noch mal rein... ein... E-Metal-Effekt-Schaden... ach klar, wo ist der hier, wo steht der? Mh... 3,3... 3,8... So, gut... Sniper... So... Ah... Bereit, oder? Warte mal, warte mal! Lass mich doch mal, ne? Weil das nicht so langweilig für die Zuschauer immer, weißt... Ja, ja, gut, ich muss ja auch auf mein Ding kommen, dass ich wenigstens mich verteidigen kann... Nützt ja nix, wenn die da auch nicht verschossen werden, ist so... Ist wohl wahr... Bis wohl draußen... Jo... Da, 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 mal gucken, was ich hier überhaupt bin bei, bei der Quest... Mh... So... Mordecai ist überzeugt... Wenn du den Ort findest, wo der Krieger begraben ist, findest du auch Jack... Das hat Hyperion Info Show... Show... E-E... Stockgate... Hat die Information... Information der... Die du brauchst, so... Mh... Schwierigkeit nochmal... Also wenn es so ist wie bei Banalen, dann wird es ultra schwer... Ja... Hahaha... Ok... Ach, bereit? Jo... Gut... Dann reisen wir wieder mal hin... Warte mal, ich mach's mit der Maus, es geht besser... So... Tick... 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 Und wieder hin... The Dust... Aha... Elis Garage... Ja, warte mal kurz... Ja, Elis... Da freut sich schon... Tick... Tick... Äh... Nehmen wir ein Auto dahin, ne? Jo... Gut... Mach ich mal lieber, oder? Bevor du dem... Jo... Mach du... Nicht... Klarkommst oder so... Mh... Elis... Schnucki... Leider... Wir müssen los... Äh... Auswählen... Saft... Ne... Äh... Wir wollen hier die Tonnen haben, ne? Oder willst du die LMG? Die Tonnen haben einen Nachteil im... Im... Im näheren Kampf haste... Ja, warte mal... Warte mal... Äh... Im näheren Kampf haste auf... Na, was machst'n jetzt? Bild schon mal Auto... Gespawnt... Ja, ja... Schon mal... So... Bild schon drinnen... Ja, ja... Hab's gesehen... Ich dachte, wir tauschen gleich nochmal... Hier, Auto... Ja... Also können ja durchfahren... Ich muss ja die beiden auf dem Rest... Ja... Schreibe... Ich muss mal lang... Äh... Einmal kurz... Äh... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie er muss mir langen... Äh... Einmal kurz... Äh... Äh... So, können wir da durchfahren, was meins? Warte, schauen wir, eh reißend, ja, können wir schauen, oder wir werden da sowieso rauspoltert. Genau. Irridium Blight, oh. Toot toot, Auto, ich guck mal, Kato kurz. Wenn du auch alle davon siehst. Ja, ja, ich seh. Bevor Hyperion kam, war das hier, naja, auch schon ein Drecksloch. Aber früher war es nicht ganz so schlimm. Hauptsache, dass du dich ausprobiert bist. Vielen Dank.